hallo liebe youtuber dieses video wird ein outfit video für die feierlichen tage also zum beispiel wenn ihr zum geburtstag eingeladen oder zu familien essen oder abends zum weggehen fürs essen mit euren freunden und das ist eine kleine outfit idee die ich euch vorstellen möchte da es ein etwas eleganteres outfit ist trage ich hohe schuhe zu diesem outfit und die haben einen kalt absatz und sind nicht allzu hoch um bei den eleganten stil zu bleiben habe ich mich für eine schwarze skinny jeans entschieden um ein bisschen farbe in dieses outfit zu bringen habe ich einen wunderschönen rosen wollpullover an diesen pullover seht ihr in meinem fashion haul den link verlinke ich euch in der infobox unter dem pulli trage ich eine weiße bluse die einen auffälligen kragen hat und ich finde das peppt alles sehr schön auf da mein kragen mit silbernen glitzer steinchen bestickt ist habe ich meinen schmuck auch silber gehalten ich trage hierzu zwei ringe der eines auch vom fashion hau und den anderen habe ich von 6 um die weiße bluse in meinem auto aufzugreifen habe ich einen weißen gürtel an das einfach zum outfit passt auf den kopf trage ich eine wunderschöne zwergen mütze die einen bommel hat und ihr könnt ihr leider nicht kaufen weil ich sie geschenkt bekommen habe und es ist selber gestrickt ich hoffe das outfit hat euch gefallen ich konnte euch ein wenig inspirieren für feiert euch für feierliche tage anzukleiden wenn es euch gefallen hat könnt ihr einen daumen hoch geben oder mir gerne einen kommentar hinterlassen und dann war es das mit dem video ich wünsche euch einen feierlichen advent und hoffe wir sehen uns beim nächsten mal bis zum nächsten mal